um ja ja ich verstehe ja schon du magst mich haben er gibt also ich bin so viel zu tun und also ist es ja nun Prozent ich bin jetzt dreimal gestorben doch zwei mal sehen ja ich auch aber ich habe gleich das dritte Mal hinter mir aber das ist unnormales und du Alex aber bist du schon gestorben oder wie oft? Einmal bis jetzt das ist voller Pro ey einmal fast da hattest du noch 6% Leben und dann hat der Typ mir irgendwie die Interesse an mir verloren oder hat mich nicht mehr gefunden oder so, keine Ahnung aber der hat uns locker Sniper gezielt ausgeschaltet kannst du sagen was du willst über einen Titel war ich tot One shot wahrscheinlich Kopfschuss aber das jetzt mit den 18 Minuten warten das finde ich jetzt schon recht okay so egal dass man schwimmen kann finde ich recht okay und dass man jetzt auch nicht mehr so lange warten muss finde ich okay was ich nur nicht okay finde dass die einfach alle so wahllos umballern ich bin jetzt in einen riesengroßen Aldi Markt oder sowas keine Ahnung aber die Regale sind hier alle äh Gruppeneinladung bitte ich bin in der Nähe von Camps ach du Scheiße schießt schon wieder einen auf mich ich lebe ich bin in der Nähe von Camp Splinter und ich heiße Paluzina Paluzina ich habe mir jetzt keine Leidrechte Mammut muss ich mal einladen Hallo Paluzina Hauptsache die hat eine Waffe aber ich habe keine Leidrechte du hast die Rechte nicht ich die hat eine Waffe in den Bödel ja wer ballert denn hier so krass ja das ist dieser wie heißt er nochmal hier äh wo treffen wir uns denn jetzt ich weiß es nicht ich bin jetzt direkt hier wieder bei Smallville also ich bin jetzt auch bei Smallville da in der Nähe also Camp Splinter äh äh ich geh nochmal durchschwimmen ja ja geh mal schwimmen je ich hab meine Zuckerstange zum zuschlagen je eine Zuckerstange aber ganz ehrlich ey das geht mir auf den Piss äh ich hab nix gemacht ich wollte nur um das Dorf da rum nackt Boom Headshot weg äh und meine Pumpe ist auch weg Arsch sorry dass ich sage aber mit Arschlack ich mein klar ist ein PVP MMO RGP Survival Gedöns ja aber trotzdem Mann ich geh sammeln ich geh auch nicht einfach auf die Straße und kill irgendjemanden nicht nee ich mach das ständig echt? ja besonders gerne auf der Arbeit ja du machst das auch gerne das ist das einzige was sagt wenn sie hier so ne Art ähm aha wie heißt es ähm Passivmodus wie bei GTA einführen würde ja ja das wär nice das wär nice so ein Passivmodus dass man nicht getötet werden kann aber da kann man auch niemanden töten das ist gut nur Zombies ja nur Zombies like GTA nur dass man die Zombies und die NPCs trotzdem umnieten kann genau aber ganz ehrlich ja äh wird sowieso nicht kommen da ladet mich jetzt ein also ja Mammut muss einladen nee ich hab keine Gruppenrechte das bist du aber jetzt hab ich jetzt hab ich irgendwie Gruppenrechte vor dem hattest du die ne ja ja immer die Verantwortung ähm ja macht er immer weiß gar nicht warum ja ich bin der erste ja ähm ja ja Gruppe einladen aber die Frau schwimmt auch nicht besser aber bist du jetzt ne Frau oder was ja ich wollte einfach mal das von einer erstellen ach so und deswegen Palocina ja ja das hast du umgedacht vor allem das logischste ist ja ich hab ja keine richtige Pistole wirklich im Inventar aber sie hat eine am Bein weißt du ok sie hat eine am Bein und Pistolen ähm Halfter oder Holster oder wie man sagt Holster ja aber ich hab keine wirklich so weißt du das ist auch unlogisch ich bin jetzt gerade an dem einen Ort wo wir beide vorhin die Autos geblendet haben neben Halster ist bestimmt nur Fake das ist nur ne Softair bestimmt meinst du bestimmt hm Antiprotika ja von dir ist ein Grabstein das ist bestimmt von mir weil ich so oft gestorben bin das ist bestimmt von mir Grabstein holt Y zu Gasmaske lesen ähm was denn hast du ne Maske auf Zini Pit wurde getötet von Survivor Survivor war ja wääh wääh Idiot ach ne hier liegen Zombie Ah der sieht viel mit Schutzbrille M9 Helm mit Schutzbrille hups nehm wir einfach mal hab ich gefallen hups da ist ein Zombie die Biele komm her fertig mit meiner Taschenlampe bam bam Prozent Prozent Regenbieter auch nicht wirklich das haben wir zu verstanden sie haben sich nicht mehr kündig hier ganz schön im Verpacken aber ich habe ja eine Probe im Türen jetzt reden hier irgendwelche Russen Rüsten er sagt einfach mal es gibt allein Nö, kann ich nicht. Oh. Jetzt hab ich tot! Yay, ich hab's geschafft! Jawoll! Hier ist ein Treffen. He's dead. Hallo? Keine Ahnung, weiß nicht. Ja. Was haltet ihr davon, wenn wir uns zwischen... Smallville und Campus hinten? Campus City? Und Smallville. Und Smallville, da sie auf dem Feld oder an dem Wasser da treffen. An dem Wasser? Oben? Oben am Wasser oder? Unten, da wo dieser Knubbel aufhört. Diese kleine See. Okay, da, okay. Schruttel, was weiß ich farm. Ja klar, können wir machen. Bin er ja, bin er ja gleich. Bin auch auf dem Weg. Wo, wo, wo? Eine Skurtel, Schwurtel, was weiß ich farm. Ach da! Ich bin jetzt da hier! Ach da, ich bin jetzt da hier! Ich hab's auf, hier zunehmen, mitnehmen können. Nein, bei dem Wasser, weißt du? Dadadadadadadadad. Dadadadadad. Dadadadadadadadadadadadadadadadadada! Wow! Mammoth, bist du wieder da? Nee, noch nicht. Ich muss jetzt gleich joinen. Okay. Dadadadada. Jetzt gleich kommen wieder die super hammer geile Schwimmanimation. einfach nur episch ja total ja stimmt episch und zwar ein epic fail ganz ehrlich die geht einfach gar nicht überhaupt nicht das als würde ich dreijährigen sagen klatsch mal wie die merkel ach hier ist eine tote kuh jawohl dann wird die tote kuh die wurde schon gehalten 2 1 3 4 2 3 4 2 3 4 die verbringten Kampus ach du heiliger scheiß Lalalalala so wir können wieder drauf jup ähm Hamster muss er wie heißt du ähm Mammoth was war das denn jetzt wurde wieder von dem gleichen Typen abgerallt ey langsam der geht mir so auf den Sack ey bist du wieder tot? ja der Typ hat mich abgeballert schon wieder warte wie heißt der Typ? ach juh Sternchen, 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 Sternchen Nioh nervt mich total mein du hast vor die drei Sternchen noch ein App vergessen ja ich hab ja fuck you geschrieben aber und schwimmen ich geh schon wieder ins Wasser warte mal ich konnte mal noch mal schreiben äh da krieg ich mal ne Einladung? ich hab dir eine geschickt Tatsache hab ich nicht gemerkt ich hab dir aber eine geschickt kannst du in der Aufnahme sehen? ich hab dir eine geschickt ja glaub ich dir aber ich hab's nicht gemerkt glaub ich dir also ich bin gleich da wo ihr euch treffen wollt ok wo bist du denn? äh Mammut zwischen euch ich bin da jetzt auch gleich was ich auch geil finde ist wenn der Typ aus dem Wasser kommt dann ist der staubtrocken bin ich viermal gestorben zweimal von dem gleichen Typ ich geh da nicht mehr hin ich geh da nicht mehr hin ey echt ey meine Güte ich hab gerade nach dir hat er geschrieben Stop Rage ne? hat er geschrieben You suck NZA und dann hat er nur geschrieben hm oh ich werd beschossen ja sorry ey aber das ist ein Arschloch ich werd hier voll beschossen du bist ja ein Arschloch das war jetzt nicht You stop Rage ey mhm steuern sag doch halt wenn du wieder auf Zerber bist ja so sag ich ich werd hier voll beschossen ey aua getroffen aber er hat mir kein Leben abgezogen warum auch immer wie sitzt du im Aufnahme er trifft mich ich werd gern wissen wo da irgendwo genau da irgendwo an deinem Bein da trifft er dich scheinen 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 Mammut pass auf ja also naja ich war schon direkt ich seh dich ich seh dich und da ist er auch immer neben mir der ballert auf mich oh ich bin direkt oh an der Basis oh ja ihr könnt mich einladen ok dann hat die Dünke halt endlich mal besser hier die ähm Energie wieder auf wo bist ey den hab ich aber gerade getroffen und das hat mir schon wieder kein Leben abgezogen okay das ist doch gut guckt mal Tab und guckt euch mal den 10. Charakter an Scherif den habe ich schon vorhin gesehen den Scherif oder was wenn ich in Scherif den 10. Kälzer den 10. 6 und der hat 6 im Namen die die wir sammeln wird der ist guter gewesen ich bin wieder am Arsch er ist denn da im Klienten ob da alles wird wir werden ich bin ja gar nicht war ich bin da hier und Bluritsch zettel dann oben ist hinter dem Berg der Welt auf dem Berg der Mammut Alter wie viele hinterm Baum der Mammut oder der Typ der dich verfolgt ne der Mammut okay wenn man hier diese persönliche Spinte machen du musst dir einen Kaufen auf euch ist voll viele er wie gesagt du musst dir einen Kaufen den Zettel dahin und dann war es ganz ehrlich die Konten die könnten doch direkt das Spiel fliegt er macht mehr wenn die ganze Zeit hier zu kaufen 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 theoretisch ich sehe die Typen nicht mehr was machte man sich für 30 Euro kaufen und dann halt noch das alles zu zukunft Prozent ist nicht der Okmau und sind am Okmau und die ab der FF AT 4 Lady Hello Oak Mountain die schweigen uns mein Neues er hätte sein neues F2P Titel erschienen am Okmau und der hat das ist ja bisher wieder tot wieder tot ja jemand hat mich wieder erschossen ja super vor allem würde ich sagen wir machen einfach eine Aufnahmpause ich würde sagen wir überlegen uns auch auf das überhaupt weiterführen mehr weil wenn wir immer umgebracht werden und nichts zustande kommt das ist ja Polnach und die Warten zur wenn das geht wenn das gilt wenn das Privat-Server geht mir fehlen aber nur noch 40 Euro oder so dann kann ich einen privaten Server hosten für einen Monat weißt du ich gehe aber für drei oder für drei weißt du wir gehen on um zu zocken um LP aufzunehmen und so um Spaß zu haben und dann sowas es hackt irgendwie siebenmal in einer Aufnahme oder keine Ahnung dolle siebenmal bestimmt bei dir oder was meinst du auf jeden Fall zu oft ja mhm ey man ey siehst du den großen Baum da hinten Mammut ja der wenn du hier stehst der letzte Baum da war der vorhin der Schütze ja dann ist er bestimmt irgendwo soll ich noch reinkommen oder ne hat keinen Sinn mehr äh ich hatte jetzt noch zu erspalten und dann kommen wir mal hast du was zu essen oder sowas dabei Mammut? ich hab nix ich hab was zu essen ich hab was zu essen piep was? ich hab was zu essen ich krieg keinen Schaden ich auch nicht ich bin haben sie vielleicht jetzt den guten Damage ausgeschaltet oder was ja ich glaub schon ist das dein Tippenbonus alter ich kann den Mammut verprügeln wie ich will der krieg keinen Schaden ich auch nicht keine Paluso auch verprügeln wie ich will denn dann ist wohl Gruppenschaden aus faszinierend wenigstens etwas nehmen wir zu gestalten nimm doch mal eine Zuckersteine Alter komm mal was die Besserung Kummer was da für blutlich ist oh hofft mit mir wird nicht so mehr zwingend ich bin gar nicht klar ah sieh euch schon in die Pfeile sieht er mein Pfeil auch schon ja da ich beende das Spiel ist hat der für dich kein Sinn wenn du immer wieder verballert wirst genau weißt du ich bin auch hier im Center Dings wo man in Sicherheit ist und dann gehe ich raus so du wirst gefordert werden zu sprechen kannst ich kann wir haben uns will sich ja die hoffen wir haben ja auch wird für die Euro wir kommen kommt für sich die Euro und Kuschia mit Moor es ist wohl schreibt man das so gut ich kann sprechen aber nicht schreiben wieso werde ich ausgerechnet ich gefragt ob ich französisch kann keine ahnung weil du hamster nein warte schreib ich jetzt warte weltweit no ja man n das einfach mal weil ich nicht weiter ich will nur werden und ich hier noch mal gut in der Herbst sich dort aber man muss elf zwei drücken dann schreibst du es in weltweit genau F1 muss er drücken also stimmt F2 für weltweit ich habe nur eine Demo geschrieben so ich komme jetzt auf euch zugelauscht mit meiner Feuerwerkst wir spielen euch um, ihr fahrt an Kids, runter von meinem Rasen ach ja so langweilig Heil Hitler schreiben ja oh man ey kein richtig deutsch Arsch wir sind die, wir sind Aria mh arische Herkunft wurde ich eingestellt, aber ich hab nur Arsch geschrieben irgendwie Rehut, äh guppapop wo ist der komm wir reden mal auf ihn zu ihr scheiß Kinder, runter von meinem Rasen mh ansonsten hake ich euch meine Feuerwerkst in euren Schädel ich hole meine Zuckerstacke über die Rübe das geht falsch ich brauche was zu essen yeah, Hamster der Stoller hat es leider nicht geschafft äh du musst nur ohne ihn gehen ja so und darum würde ich jetzt auch sagen, wir verabschieden uns jetzt genau mal gucken wir mal, ob es eine nächste Aufnahmesession geben wird oder halt nicht ich denke, geben wird sie sicherlich, aber wie sie aussehen wird und so werden wir mal gucken mal gucken ja, das war jetzt Katastrophe ja will einer von euch eine Sprechstange haben äh, ne, jetzt nicht ne, jetzt nicht ah, nochmal komm, wir gehen schwimmen vorher noch bevor wir jetzt abmoderieren yeah, grob mir schwimmen wuhu komm, wir gehen alle Rücken kraulen ah, das macht ihr, wenn ich schon immer rausgehe na toll ja, lohnt es sich nicht das machen wir nur, weil du nicht dabei bist ganz klar ach so das muss ich jetzt halt auf unserem Channel gucken vor allem diese Geräusche ja oh, Mami, komm, wir gehen in den Wald komm, komm nein, mit dir gehe ich nicht in den Wald was denn, ich schwöre eine Frau ist mir egal du Sexist, du eine Frau mit Bart eine Frau mit richtigem Bart so dann verabschieden wir uns jetzt machen wicke wicke und tschüss bis denn dann, ciao